Moin, 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 moin. Weiter geht's. Alles klar, Rick ist einfach komplett am Eskalieren. Wo befinden sich jetzt gerade... Okay, wo ist Flair? Kannst du mal da hinkommen? Du musst lieber mal aus. Du auch. Du wirst dich aus. Du wirst dich aus. Alles klar. Ist okay. Alter Schwede. Ist keiner tot oder so, aber... Du musst jetzt mal Fernkämpfer werden. Wir haben keine Fernkämpfer. Naher Kämpfer. Ist alles Naherkämpfer, Dicker. Okay, aber Moin, ich tue was für ein Kämpfer. Oh, scheiße. Noch mal. Da darf keine... Genau. Es dürfen nur... Es dürfen nur... Biocotierte Waffen rein. Die ist doch nämlich verrotten. Die ist doch nicht weg. Jetzt nimmst du einfach einen Bogen in den Tanz. Der Zeitmache. Kev! Du hingegen nimmst mal... ...dir einen Knüppel in die Hand. Oder ein Messer. Äh. das hat er denn mal kurz zu mal liegen ich du mit dem der molch genau sagt ricks zweitbeste ja genau ich glaube es war manchmal ab jetzt was war alles passiert genau jetzt wird schon immer noch den da ach weißt du auch keine ahnung man das bringt irgendwie alles zusammen gelbe molch das können wir auch ändern einfach doch das ist ja schon mal happy happy dinosaurier hat halt jetzt kev oh mein gott alter das ist so dumm man sich scheiße ideologie minus 18 und keine oberst das verstehe ich auch nicht ich habe zwei stück und der wird nicht gefüttert dicker holy fuck zwei leute die das machen 34 prozentige bitte hör auf es war es bitte käfer nichts zu tun ja und zwar forschen oder jetzt erstmal reinigen auf jeden fall ja 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 das ist gut ja es ist gut Okay So Ich fahre wir da jetzt weiterbauen Dabei die Teile da Schon wichtig sind für unsere Menschen, Personen Hm Na ja So Wer zockt denn jetzt Angels zocken Warm up Warum fangen die um 10 Jahre an wahrscheinlich Okay So Die Waffe jetzt ne Sehr schön Die Türen Können wir alle offen halten Okay So 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 wie das passieren kann dass der unterernährt extrem ist und fast stirbt holy shit man könnte mal so ein scheiß gas schritten oder was ich muss jetzt aufpassen ja die schnocher wieder mal jetzt soll es anscheinend wieder genau zwar jetzt mal doch kartoffel reis reis das heißt dadurch jetzt mal nichts mehr anbauen 4.000 praktisch schon mal in den ganzen dinge sind sie ja es nervt mich dass ich nicht eine ideologie habe aber bitte wenn du nichts wenn ich nicht bewegen kannst oder so dann bleibt er einfach im bett dann bleibt er einfach im bett dann bleibt er einfach im bett naja wir haben genug geessen auf jeden fall das geotimiekraftwerk wird schon ganz cool jetzt zwar nach und nach ach wir brauchen einen batterieraum dann noch ne scheiße das ding ist ich könnte es jetzt zwar abbauen aber da kann ich keine wand mehr bauen das heißt das baue ich jetzt nur ab das war's dann operation inspiriert ok nice sonnfinsternis juckt nicht aber er baut hier richtig gut also ich bin auch der meinung dass man erstmal jetzt nicht schon mal das bauen also wenn das hier weiter zu fahren geht dann ist es ok jawoll schienenbau bräuchte es schon ich glaube drogen herstellen wir ganz cool pfeifelskorn brauche ich nicht pfeifelskorn brauche ich auch nicht teppich herstellung das könnte ich irgendwann mal benötigen aber jetzt nicht das mache ich das mache ich ich war schon klar wie als polis auch noch nicht das ist das bräuchte ich das bräuchte ich das bräuchte ich das bräuchte ich später erst das bräuchte ich auf jeden fall nicht brauche ich nicht das bräuchte ich nicht das nächste was ich brauche ist drogenherstellung muntermacher vor allem ja ja und auf die mitzieherstellung ist auch cool das heißt das machen wir mal äh beides aus ich glaube wir brauchen das nicht Das ist eine Verschwendung Eigentlich haben wir so viel Wolle Also wir können da einfach wirklich Ich meine, ich verkaufe es lieber Aber wir können da so hart verkaufen, wie es geht Hä? Okay, danke Das ist nicht gut gemacht, das habe ich schon öfters gehabt Dass Menschen einfach sterben Und was sich hinbringt Irgendwie, das ist irgendwie Pathfindingstechnik scheiße Guck mal Jeder hat Hilfe zu arbeiten Sie kümmern sich zum Beispiel darum Gefangenenfreizeit und Schalter umzulegen Das ist glaube ich das, was man auffüllen auch von den Fackeln macht Oder es ist bei Transport dabei Irgendwann die Dinge wegtragen Aber Bauwerke mit Brennstoff befüllen, ich glaube es ist dann Transport Ja, Riggs muss das machen Ich brauche noch einen mehr Transporter Das muss auch sauber sein, deswegen Wenn man einen Transporter hat Aha Ich brauche jetzt auch einen, der Nur sauber macht Weil wir haben keinen, der nur sauber macht Ja Sicher mal alles perfekt Oh, okay, Timmy-Kraft-Fact steht Okay, warte mal kurz Ähm 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 Äh, geil Kriege ich das unteren Berg verlegen? Ne, ich muss ja Okay Nevermind Das heißt, ich mache dann hier Die Fikanten Zwischentüren hin Okay Das heißt Wir machen folgendes Wir werden halt so krass So krass Strom verbrauchen Das glaubt ihr gar nicht Wenn wir den Kühlraum hier kühlen wollen Und das hier eigentlich auch kühlen wollen, ne Wollt ihr beides kühlen Das heißt, ich mache dann Und wir reisen hier halt auf Als Sicherheitszähne Jetzt ist uns noch keiner hier durchgebrochen Irgendwie Und hat dann Was dummes getan Oh, das ist hier fertig Nice Sehr geil Aber auf jeden Fall brauchen wir jetzt erstmal hier Strom Wir brauchen jetzt hier erstmal Auf jeden Fall drei Kühlungen rein oder so Alle nochmal Äh Äh Das gefällt mir nicht So, Überwandkühlungen Ja, wir brauchen hier auf jeden Fall zwei Kühle Hunde rein Mit den Kühlen kann man einfach auch die zwei Türen wegmachen, dann ist das hier ein Außenraum einfach Also ganz ehrlich Also ganz ehrlich Merk ist sowieso eher kühl Aber wenn man hitze hat Zeit, dann wird es schon wärmer und auch Ach, okay So, wieviel Bausteine haben wir eigentlich Das ist wichtig, das zu normen Ah Wir haben 100 Bauteile Alles klar, Digga Das Und dann steh uns nicht zum Weg Äh, wie kühlen wir das runter? Jetzt dürfen wir die nicht mehr offen halten Genau Dann Stromkabel Zieh mir einfach durch So Genau Das muss man halt weg tun Einfach Da hat ein Stromkabel Umgrabe Wie viel man denn das eigentlich Das muss man einfach durch den Berg durchführen Irgendwie Wenn es ja nicht im Weg ist Sonst zieh ich das halt irgendwo hin und dann ist es Dann stößt es mich, weil es dann unschön aussieht, sagen wir mal so Und dann stößt es mich, weil es dann nicht mehr so gut geht Ich hab immer so gut Und dann was ich noch auf der Straße Ich hab mich, weil es dir also Ich hab mich sehr, sehr ruhig Ich hab mich, weil es heute noch nicht mehr so gut Ja dann ist es halt so Ich möchte das Stromkabel einfach hier Zack Das müssen wir so entfernt werden, dann machen wir es einfach mal Ist jetzt einfach hier so weggemacht Der war noch schiefer gebaut Fertig aus Das machen wir noch nicht Kein Bock, dass wir als das jetzt draußen bereich wird Das wäre dann übel dumm Genau Was ist das denn? Ja genau, oder? Ist das ein witziger Er hat ein dringlichen Anliegen Ein Mechanomien-Schwarm Attackiert sein Geraubertsatz seiner Exhibition Er möchte, dass du dem Max ein Signal sendest Ein Automörser Mech kapsel Autoimpulstum Ja Digga, das lösche hier Was ist das denn, alter? Den Preis auch Also Also Dass einer baut Ist wirklich Sehr, sehr, sehr Geht ja nicht so gut voran Aber das ist halt Hast macht hier Einen fantastischen Job Job, Digga Holy shit Das Ding ist nur Raumeindruck 52, 33, 60 Okay Mal 11 Stunden, okay Hinten außen posten Ich gehe nicht auf Tour Ich bleib immer auf meinem Wie viele Menschen haben jetzt eigentlich neun, ne? 2, 4, 5 Also ist schon Okay Pasche Ich werde jetzt mal einfach mal Nichts tun Bis Sehr geil Das heißt Das kann man mal aktivieren Jetzt hier Ja, also das macht halt keiner Transport, ne? Ne, Riggs macht Transport Aber dann geht's doch nicht so gut Starke Entspannungswandel Oh Okay, warte mal Okay Oh Okay Okay nice alter übelgut was ist das ein ultra text hat der aus material zu mentaler fokussierung besteht obwohl der starb eine solide nachfahre ist die der hauptsitz die mentale sensibilität in der rahl hitze rückgangsrate des nutzers zu verbessern um das wirken von mentalen gräften effizienter zu gestalten metall holz stein 590 auch ich ja nicht brauche ich nicht dass das ding safari das zu machen aber ich brauche halt einfach nicht was weiß und machen es lädt jetzt so herum wenigstens scharfen was gemacht weiß ich hoffentlich stützt nicht was macht ihr macht das jetzt anders machen konnte weg ist sehr schön wir machen mal näher passt jetzt mit mir übrigens was machen können brauchen wir nicht schauen es ist eigentlich ziemlich cool man das hat was macht uns auch cool ein wasser schon gut zusammen zu schlachten starke schmerzen ein jungen die haben ja auch alle das sind alle beim arsch das sind alles du musst du musst Die kann ich eigentlich abreißen. Eine Außentür sollte ich vielleicht schon haben, aber... ...den anderen eigentlich nicht. Oh mein Schwachmännlich, Shit. Schade. Jetzt machen wir wieder 1000 Steinen. So viel Essen, Alter. Ah, ist schon wieder 30 Minuten rum, ne? Ich hab gar keine Lust aufzuschauen, ne? Was macht ihr so viel Bock? Aber es ist jetzt auch wieder 10, ne? Nein, ich muss morgen früh raufstehen. Deswegen... ...würde ich sagen, ich pende mal den Part hier. Wir sind echt gut dabei. Wir sind wirklich gut dabei. Muss ich echt sagen. Wir haben sehr viel Essen. Wir haben Neutramin. Schon ganz gut angesammelt. Wir haben... ...Uran auch schon für ganz, ganz später. Wenn wir mal geschützt zu haben. Wir haben Stahl gut. Wir haben... ...Zilber. Holz. Wir haben mehr oder weniger nicht auch gut. Waffen haben wir gut. Wir sind gut aufgestellt in den Leuten. Wir haben ja ein gutes Leben. Ähm... Genau. Einen neuen Ofen. Genau. Dann für den elektrischen... Also einen elektrischen Ofen wäre da auch ganz cool. Giftiger Niederschlag. Ach du Scheiße. Weißt du was? Alter, jetzt wird es echt kritisch mit dem Massensterben so mal. Fuck. Machen wir mal kurz. Machen wir jetzt aber noch kurz. Ähm... Ähm... Das ist sicher. Das ist sicher. Das ist alles sicher. Ich muss hier irgendwelche Spielchen spielen Okay Tiere sicher Dürfen sich hier überall aufhalten Okay Das heißt Tiere sicher Tiere sicher Und Zuweisung Sicher Genau So Der Kiff hat jetzt nichts zu tun, weil er Ja, er darf raus Vielleicht gebe ich dann doch mal jemand, das ist sowas frei hier Genau Ich habe jetzt mal unten was gemacht, ich glaube wir machen einfach mal einen längeren Part Das wird ja nicht so schlimm sein, oder? Ja und bei, ich höre auf glaube ich Ähm, sonst, ich will es nicht übertreiben Was mit Papst? Er muss kein Bergbau mehr betreiben, ne? Was machen wir dann später? Ich muss ja schon Machen wir später, genau So, das war's Ähm, danke für's Zusehen, wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dahin rein, Jungs